Willkommen zurück zu Echelon, Buch 2 und dem eisigen Norden und dem Eingang zur eisigen Durren-Nordenschen Mine, die Zwergmine. Ja, wir sind endlich angekommen. So, wir schauen was in den Unterlagen steht, woher wir stammen und so. Alles super, alles ist richtig. Genau, wir haben jetzt ein schönes Mana-Pandant, ein Mana-Fluss-Gedingenskirchen-Mangensen. Und sonst ist auch alles in Ordnung bei uns. Wir werden mal ganz kurz schauen. Ja, das ist super. Erstmal einen Schluck trinken und ein Stück Brot hinterher schmeißen. Dann geht es uns auch gleich viel besser. Ja, ich habe gemerkt, wir sind so leicht überladen. Naja, nicht richtig, aber so ein bisschen zumindest. Wir tragen so viel Schrott mit uns rum. Aber was ist das denn? Wahrscheinlich die ganzen Ingredienzien, ne? Die wiegen alle nicht viel, aber wenn man neun hat, ist es ein Kilo fast. Und wenn man elf hat, ist es schon zwei. Okay. Wir können alle mal zusammenrechnen. Wieder ein Kilo, nochmal ein Kilo. Mann, 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 Mann. Was, wie man es macht, ist falsch. Egal. Wir müssen in die Mineweile. Weil das befohlen ist. Genau, der Krux des Feuers. On to Hamalorn. Make your way to Raven's Gate. Haben wir schon, bla bla bla. When they find the supply entrance to Hamalorn. Hat es auch getan. Ja, hier ist eigentlich der Haupteingang. Aber der ist ein ganz, ganz bisschen zugemauert. Ne. Einfach eine stabile Tür davor. Und die lassen keinen rein. Weil Zwerge... Das gehört hier den Zwergen. Und die mögen uns nicht so sehr. Die mögen keine Fremden. Verständlich. Direkt mal mit Haste hier rein. Falls direkt das... Okay, es ist düster. Ja, sauber. 2.100 Erfahrungspunkte. Einfach mal so. Fürs durch die Tür gehen. Warum nicht? This looks to be a surface entrance to Hamalorn mines. The air in the mine is warm and dry and carries with it an oddly pleasant smell of bread. Haben wir gerade gegessen. And malted barley. Haben wir wahrscheinlich gerade getrunken. Mixed with the fumes of smelted ore. Ja. Hier ist die Luft warm und trocken. Und es riecht nach Brot. Ähm. Geschmolzene Gerste und... Geschmolzen. Ne. Was ist denn malted? Egal. Malzig. Ähm. Was auch immer. Gemischt mit den... Den Dämpfen von einem... Geschmolzenem... Erz. Also Standardgeruch. In der Zwergmine, schätze ich mal. Nun. Dann müssen wir mal schauen. Halt Katzenaugen würde ich sagen, oder? Das ist so arg düster. Ich hab doch Angst im Dunkeln. Deswegen Katzenaugen. Zack. Hält wie lang? 300 Runden. Das sollte erstmal genügen. Okidoki. Jetzt müssen wir schauen. Wir müssen... Wir müssen hier wahrscheinlich... Äh... Hypersensitiv vorgehen, oder? Lass mich raten. Ja. Ja. Zwerge... Sind Feinde. Ich hätte so wahnsinnig gern einen... Ein Unsichtbarkeitszauber. Ne, die sind leider Feilschniff. Böse. These rooms look to be... Dry storage areas. Unfortunately, there doesn't appear to be... Much edible food in here. Most of what you see is dried spices. Roll grains. Bales of cut barley and wheat. With other ingredients needed for dwarven cuisine. Ja. Hier ist ein Lagerhellchen. Allerdings nichts wirklich essbares. Sondern eher Kräuter und sonstiges Zeug, was sie hier brauchen, um Zwergenfutter herzustellen. Und das ist natürlich nicht essbares. Was weiß man ja. Okay. Der hat keinen Bock auf uns. Ich würde sagen, wir... Hm. Versuchen sie mal mit... Epistle Freeze. Heiligem... Okay. Die haben echt ein ganz kleines bisschen viel Energie. Hat gerade so gereicht. Okay. Was sind das? Ähm, 160. 160 ist 175. Haben die wirklich 175? Hat das vielleicht genau gereicht? Man weiß es nicht. Also, die halten echt einiges aus. Das heißt, ich muss dreimal, wenn ich Glück habe, dreimal nur zaubern. Das war nicht gerade, glaube ich, verdammt knapp. Die haben wirklich eine ganze Menge Lebensenergie. Das ist, ähm... Ja, Malted Mash. Kommt nimm einfach, falls wir drustig sind. Und wegen kann ich's dafür... damit anfangen. Hm. Sealed. Das machen wir... Halt. Halt. Stopp. Jetzt habe ich eine Idee. Wir ändern mal die Zauber. Ja, wir haben ja den guten Feuerball. Toxic Elements zum Beispiel haben wir nie benutzt. Ich würde sagen... Fire Dart Level. Das hier wird auf die 2 gestopft. Und den Feuerball... auf Stufe 6. Genau. Der kommuniziert. Das heißt, Haze haben wir. Fire Dart. Sonic Blast. Stone Skin. Den ganzen Quatsch benutzen wir nie im Leben. Ähm... Lockmeld. Ja, Reveal Maps. Stone Skin. Elemental Armor. Benutzen wir nie. Den brauchen wir auch nicht, weil wir ein Fernkämpfer sind eigentlich. Und wenn... machen wir das anders. Gut. Lockmeld. Würde ich sagen, machen wir auf 9. Und Trap Kill auf der höchsten Stufe machen wir... Oh, ist die höchste? Auf die höchste? Nee, zum Testen, ne? Würde ich sagen, machen wir es auf Stufe 1 auf die 8. Ja, was auch mit dem Sonic Blast? Nutzen wir auch eigentlich eher nie. Was hier vielleicht? Haze haben wir schon. Flash Boil. Heilung? Nö. Nehmen wir Orca Strength auf Stufe 3, falls wir es mal brauchen sollten. Auf den mal 6. Jetzt ist natürlich alles wieder kreuz und quer und krumm und schief. Das macht aber nichts. Ich hoffe mal, ich... Ja, nullfalls kann ich ja hier gucken. Haben wir auch gelernt. Wir haben die taktische... Die taktische Karte. Oh, vielleicht sollten wir mal... Geschwindigkeit zaubern. Ähm... Fireball. Fire Dart. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter mit Abyssal Freeze. Wahrscheinlich das Beste gegen Zwerge, oder? Die sind wahrscheinlich Kummer gewohnt und auch Hitze. Schwierig. Es kann auch mal sein, dass wir einen vierten Schuss brauchen. Okay. Also ich brauche 150, um zwei von den Platz zu machen. Hm. Ja, gut, haben reichlich Gold am Start. Aber das hat man sich auch denken können. Ich meine, das sind ja Zwerge. Wenn die irgendwas haben... Außer Einlagen für die Füße, damit sie ein bisschen größer wirken. Oder Buffalos. Werden es wahrscheinlich sein... Genau. Gold. Ja, wäre schön, wenn ihr alle mal auf einem... Ist das ein Fernkämpfer? Oder sah das nur so aus? Das sah nur so aus. Alles klar. Gut. Haben wir jetzt alle mal... Haben wir die ungeteilte Aufmerksamkeit? Ja und nein. Okay, das ist jetzt so nicht gedacht. Hatte ich gerne wieder ein bisschen bescheißen. Gut. Ich brauche nämlich mehr Mana-Punkte. Deswegen habe ich da mal den Rückwärtsgang eingelegt. Ne, leider stehen die nicht nah genug beieinander. Das ist natürlich wieder ungünstig. Und das ist jetzt auch ungünstig. Gezieht mal. Und dann... Das ist trotzdem krass, ne? Wie... Wie schnell das Mana wieder da ist. Wahn. Sind alle lasst haben die Kohle am Start. 100, 123, 102. Ja, aber sonst geht es euch gut, ja? Alles klar. Alles klar. Das lohnt sich. Wie das wohl ist, wenn man hier mit irgendwelchen Nahkämpfern hier steht. Ah. 13 Kilo schwer. Oh oh. Das ist bestimmt wieder so eine Feuer-Dämon-Geschichte, ne? Ne, Dämon-Feuer. Wie hieß das? Lore. Unknown, unknown. Okay. Mithril. Natürlich. Und wieso, wieso kenne ich das nicht? Das ist doch Quatsch. Ich habe beide Lore-Geschichten an. Okay. Und trotzdem weiß ich nicht, was das ist. Vielleicht mehr... ...mehr Wisdom. Ne, reicht nicht. Interessant. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder auf Perception. Dass wir auch schön unser Mana wieder auffüllen. Zumindest das kennen wir. Dass wir das nicht kennen, das ist doch verrückt. So verrückt ist das. Ah, ja, ja. Genau. Jetzt fällt mir wieder ein, hier. Avernum oder vielleicht auch bei Gene Forge. Auch so schicke Spiele. So Ein-Mann-Projekte von Spider-Web-Software. Muss immer so einen Knopf drücken, um die nähere Umgebung zu durchsuchen. Dann würde man angezeigt bekommen, hier zum Beispiel, dass man irgendwie Müll hat. Und diese vier Krüge würden einem dann als Loot-Fenster angezeigt. Bitte? Achso. Also noch sieht es ganz gut aus. Trap-Kill. Nix da. Ähm, ja. Ich würde sagen, Geschwindigkeit. Und dann ran an den Feind. Obscure. Ja, ich glaube nicht, dass der den Weg zu uns schafft. Sein Kollege. Auch nicht. Und tschüss. Zum Nächsten da lassen. Das ist in Ordnung. Ja, das Elementhut nehmen wir mal mit. Ja, das meiste davon. Wir sind leider sehr, sehr, sehr schwach. Oh. Leckere Spinnenbeine. Bah. Wer will denn so einen Dreck schon haben? Ja, jede Menge Futter. Schon wieder Spinnen. Spinnenbeine. Aber die will ich gar nicht haben, ehrlich gesagt. Ja, das ist ein komischer Hut. Aber jetzt auch wieder doppelt. Können wir austauschen, falls der eine in die Wäsche muss. The Adventures of Brambit the Thief. Ach, was. Lern wir jetzt Fallen entschaffen oder sowas? Oder was anderes? The young footbed froze. A grizzled-looking guard stood up from his post and began walking toward the bushes. Fear gripped the boy, for he knew that his first night of the prowl was about to end in a most dreadful manner. While he made peace with his short fortune, memories of his training began to filter through his mind. Was steht da? Guy stood around the prowl and began walking toward the bushes. Ach, da ist wahrscheinlich so ein Dieb, der sich in den Büschen versteckt und der Wachmann kommt jetzt gerade angedings und der macht sich gerade in die Hosen und denkt dann sein Training zurück. Hiding in the darkness is only half of being stealthy. It wouldn't matter if it were darker than the depths of hell. Should he be prattling around like a tinker, holding his pawns in hands? A true master of quiet. Ach ja, he moves silently, haben wir jetzt gleich. Can walk over a mountain of bells without it so much as a single chime. The gold master paced constantly around the room, not a single whisper of clothing burying his presence. Aha. Das heißt, nicht nur gesehen werden ist das Ding, sondern auch nicht gehört werden ist wichtig, um tatsächlich schleicherisch unterwegs zu sein. Ein wahrer Meister könnte über einen Berg von Glöcklein latschen, um auch nur ein Geräusch von sich zu geben. Und während er das sagt, läuft er auf und ab und es ist kein Ton zu vernehmen von seinen Klamotten. Ist das nicht verrückt? Ja, also man muss quasi seine Bewegung mit den Geräuschen der Umgebung anpassen. Die Atmung muss man anpassen. Man soll Metallstücke wie Waffen und Rüstung mit Stoff einwickeln, damit sie keinen Lärm von sich geben. Und man muss auf die Geräusche in der Umgebung achten, um damit zu laufen. Ob es jetzt das Raschen der Blätter ist oder Tiere, die sich bewegen. Und man soll auf den Fußballen laufen. Und pass auf jeden Fall auf, wo du hintrittst. Ja klar, wenn wir ja nicht auf einen trockenen Ast treten, wo es dann laut knackt. A large rat suddenly burst forth from the bushes, scuttling off into the distance, startling. The guard jumped back. After a moment he returned to his post. Shoal is slumped, seemingly in disappointment. Never get any excitement around here. Ja, und just in diesem Moment rennt die Ratte aus dem Gebüsch und davon. Und der Wachmann ist enttäuscht. Nie ist mal was Aufregendes los. Denn es waren wohl bloß Ratten. Ist ja ekelhaft. The thief sighed inwardly in relief. Slowly lifting his foot from its place atop a broken branch. Aha. Er ist also auf einen, auf einen, äh, einen Zweig getreten, der Dieb. Und er freut sich nun ganz doll. You've gained the skill, move silently. Alles, alles klar. So, silent. No personal creature can currently hear you. Ja, weil keiner da ist, wir alle getötet haben. Brutal abgeschlachtet haben wir alles. Dreadful Iron Battleaxe plus one. Ähm, somewhat good. Ne, ist einfach nur schwer. Und wir sind ja nicht die, die Schrotthändler, die irgendeinen Müllleuchtiggegen tragen. Hm. Und Futter haben wir hier also auch. Gut. Ich weiß nicht, ob ich das liegen lassen soll. Ist so schwer. Komm, wir lassen das hier. Wir sind doch hier unter Freunden, oder? So, wir haben, wir haben, wir haben Eisene, wir haben Kekse am Start. Und ja, der Keks erkennt und hat, oh, düster. Der weiß, mehr braucht es eigentlich gar nicht im, äh, im Leben, um glücklich zu sein. Es müssen nur Kekse sein. Wo ich mich mal frage, warum gibt es eigentlich diese komischen Keksdosen? Was soll das? Was ist das? Äh. In den weiteren, tieferen Stock hinab, oder was ist hier los? Ne. Einfach nur Trinkerei. Aber ich möchte nicht so viel, so viel Wasser bei mir tragen. So ein Schlückchen für ein Kilo darf es schon sein. Aber alles andere ist ja zu viel des Guten. Gut, unten Feind. Rechts noch viel mehr Feind. Okay. Okay, da ist der Hebel. Ja, dann ist heute mal das große Zwergenwerfen. Umwerfen sozusagen angesagt. Geschlachten. Hallo? Target ist obs... Was ist jetzt los? Oh, bitte könnt ihr zwei mal gemeinsame Sachen machen. Ich würde gerne mal den Feuerball ausprobieren. Sauber. Okay, das, das ist also das große Geheimnis. Sie dürfen... Bin ich denn schon... Ja, ich habe hier jetzt noch drin. Äh, orchestrate, compress, air. Das reicht aber nicht für den anderen, oder? Ne. Das ist nämlich der ganz große... Der ganz große Pluspunkt. Er steht doch noch weiter auseinander. Ich glaube, ich muss gleich mal den Rückwärtsgang einlegen. Machen wir sogar sofort. Ich habe gesehen, da hinten sind nämlich noch mehr. Ah. So wie zum Thema Moral, was? Das feige Schwein ist direkt getürmt. Oh. Es fehlt. Die Power. Ja, okay. Braucht 29, glaube ich. Alles klar. Oh, oh. Da kommt der Nächste. Hm. Ich würde sagen, wir... Ja, wir... Dass wir so schnell sind, wie die finde ich auch ein bisschen Quatsch, oder? Ich meine... Wir haben bestimmt nicht unsere Beinlänge. Oder Hosenlänge. Wie haben wir das? Nochmal 100 Mark. Okay. Ja, bevor es schlecht wird, würde ich sagen, nehmen wir es mit. So, nächste Fackel, bitte. Und auch ein bisschen Katzenaugen dazu. Der Maximalstufe. So. Gut, die sind alle... Alle Dote. Was geben die eigentlich? Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. 188 Erfahrungspunkte. Ja. Wie sagt man, ist ganz nett. Du wolltest gerade sagen. Trap Kill. Stufe 1. Hm. Reicht natürlich nicht. Gut. Dann brauchen wir was Krasseres. Sind Zwerge. Ich nehme mal die höchste Stufe. Ich habe schon wieder 150. Das ist doch echt der absolute Wahnsinn. Ah. Hitpoints und Toxinresistence. Okay. 15. Und mit dem anderen, mit diesen komischen Latschen. Wenn wir uns die holen, haben wir 55. Das ist auch nicht schlecht. Security Key. Das können wir wahrscheinlich sehr gut gebrauchen. Was verrückt. Wir haben Perception 55. Das ist wirklich, als ob wir... Vielleicht sind wir tatsächlich gut in diesem Spot hidden. Aber die Fertigkeit eigentlich überhaupt. Moment mal. Spot hidden. Ah. Negativ. Da müssen wir noch einen... Einen feinen Wälzer müssen wir noch finden. Also rechts oben geht es auf jeden Fall noch Feind. Ist mal notiert. Was du ein bisschen schade findest. Er macht nicht... Er macht keine Pause, wenn er irgendwas entdeckt. So wie es ja bei Barlow's Gate zum Beispiel. Von wegen... Automatic Pause. When... Ähm... Trap detected. Oder enemy detected. Enemy sighted. Irgendwie sowas. Oder halt auf Deutsch. Ein Feind gesichtet. Ah, die Schmiede. Ah. Äh. Oder nicht. Kupfermachete und eine kleine... Eine kleine Kerze. Ist das der... Security Key? Hmm. Okay. Hier sind die Teleporter. Security Key has released the lock. Alles klar. Ähm. Ja, ja. Und ist wieder ein Bösewicht. Schon recht. Ja, ha. Ich habe so Begriffen. Begriffendorf. Okay. Begriffendorf. Wie heißen die? Was ist das? Ich bin kein... Töpferfreund. Das letzte Töpfer-Spiel war nur deswegen interessant, weil sie die ganzen Gehirnapportierten wieder so drüber echauffiert haben. Aber dafür gebe ich trotzdem kein Geld aus. Bin ich verblödet. Welche schön doof, wenn ich nur wegen irgendeinem politischen Quatsch mir dieses Spiel holen würde. Das mich gar nicht interessiert. So. Ah. Will nicht sterben. Äh. Wo ist das? Trap Kill Lock Melt. Was ist denn? Standing next to you? Ja, ja. Einfach toll, oder? Wir sind mittlerweile unaufhaltsam. So. Ich mache hier mal trotzdem den Fallentöter. Ja. Einmal reicht, Junge. Junge. Keine Fallen. Okay. Ungewöhnlich für Zwerge, oder? Lederhaut. Unknown. Oh, ein Rezept. Wir sind zu dumm, das Rezept zu lesen. Das klingt... Das will ich genauer wissen. Moment. Was ist das? Unknown. Ach, ich dummer Eierkopf. Ich kann doch... Haste the victories. Ja, das ist... Haste. 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 Post. Haste. Doubling your speed in battle is certainly one of the best ways to ensure victory over your enemy. Ist mir auch aufgefallen. Thus, the potion of haste was developed. Mix dried brainstem with mercury and then drink the tingly... Tingly? Tonic with vigor. Is already a recipe before. Kannten wir schon. Ist halt einfach ein Geschwindigkeits... Geschwindigkeits-Trunk. Muss man ganz schnell trinken. Ähm. Leather Skin hatten wir schon, ne? Ne, Leather Skin ist die billige Variante von Stone Skin, die wir haben. Spare ich mir mal auf. Gewinne ich jetzt wieder ein paar Mark. Und Geld haben wir so dringend... Äh, benötigen wir so dringend wie ein Kropf. Was war da noch? Nichts. Halt. Ähm. Das wollte ich gerade sagen. Lore. Vier. Ah. Achso. Demon Oil. Ach, Stufe drei ist das. Klar. Mit den zwei Ringen bin ich dumm. Okay. Das ist ganz, ganz krasses Höllenfeuer. Foraging Ring nehmen wir mit. Aber brauchen wir nicht. Man Recruit gekauft. Ja. So ein Bürgerkittel brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Was habe ich gerade noch bekommen? Also Mandrake wurde direkt auf den Stapel geschmissen. Finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, wir haben nicht mehr so viel... Fackeln. Die Le-Fackeln so rum. Und Katzenaugen sind auch schon wieder ausgegangen. Das macht nichts. So, weitergezaubert wird. Und Feindgesicht. Oh, gleich ein Doppelpack. Reicht das für einen Feuerball? Ich möchte sie einfach nur... ... von meiner Stärke überzeugen. Von meiner magischen Kraft. Ist gut. Was? Okay. Wir warten mal ab. Wo ist er hin? Ist er ausgetürmt? Gut. Dann standardmäßig... ... gibt es wieder die guten... ... die guten Eisattacken. Ja, genau so was. Und die überleben wir am Schluss. Finde ich das immer schlecht. Ich habe den schon gesehen da hinten. Aber jeder Schritt... ... bringt mich ihm näher. Und vor allem bringt mich mehr... ... bringt mich mehr Mana. Hallo. Bewegen sie sich. Ganz schön clever, der Hund, ne? Er wartet hinter der Ecke. Aber das ist natürlich nicht die KI. Ist einfach nur, weil... ... sie bewegt sich einfach nicht. Das wäre aber ganz schön clever, wenn die... ... so reagieren würde und sagen würde... ... ne, 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 ne. Mich greifst du nicht an, du Wurm. Das war's, oder? Das ist ja... ... jawolls. So, was machen wir jetzt? Benutzen wir den Teleporter? Oder ich würde sagen, oben rechts... ... machen wir einfach weiter. Das wird schon. Komm, die Fackel machen wir wieder aus. Hier ist hell genug. Speisesaal werden wir dann mal nach rechts latschen. Obwohl, hier sind... Ja doch, Speisesaal, Thronsaal, Rimmsaal, was auch immer. Oh, das ist doch hundertprozentig wieder... ... vermint, oder? Ach nee, das ist der Haupteingang. Ich glaube, komm, dass der vermint... ... vermint ist. Ich sage jetzt einfach mal vermint. ... also mit Fallen versehen. Ne, Quatsch. Ja, so ein unsichtbares Entdecken oder sowas. Oder Fallen finden. Das wäre noch ein guter Zauber. Ja, Tatsache. Das ist draußen der Eingang gewesen. Der so leicht zugemauert ist. Mauert. Stimmt, es gab ja auch noch solche... ... versteckten... Ja, fällt mir gerade wieder ein. Es gab ja noch so versteckte... ... Sachen... ... wie... ... irgendwas hinter Bildern und sowas. Habe ich auch schon lange nicht mehr mich drauf... ... konzentriert. Aber das macht nichts. Jetzt... ... offenbar ist es wurscht. Aber man könnte ja auch... ... das kommt hinten aktivieren. Ist das eine gute Idee? Ich glaube nicht. Okay, da oben ist die ganz krasse Party... ... angesagt. Da gehen wir wieder auf Nummer sicher. Gut. Fackel raus. Ähm... Katzen... ... Augen als nächstes würde ich sagen. Gut. Das verspricht auf jeden Fall witzig. Ach, Mäuschen! Ach, wie süß. Was für eine Mouth bist denn, du? Bonebider. Bonebiders. Äh, Fireball. Und günstig? Ja. Komm. Guck mal. Energie sparen vor. Oder Mana sparen viel eher. Alles klar. Ja, Silverware spare ich mir jetzt mal. Hier ist wohl... ... der Müllbereich. Gut. Wir sind ja fertig. Tür zu, wie sich das gehört. Heißt, wir müssen... ... diesen komischen Teleporter benutzen. Oder dieser Teleporter. Wahrscheinlich führt das dann runter in die Mine. Aber es waren zwei Teleporter. Ich würde sagen, wir gehen... ... erstmal in den oberen. Und dann gehen wir in den unteren. Äh, hallo? Bitte richtig laufen. Sonst machen wir das... ... eine ganze, ganze Weile... ... wenn ich hier mal im Kreis latsche. Gut. Sicherheitsschlüssel. Wie hat es hier geöffnet? Ja, die Frage... ... prepare yourself... ... tis a one-way trip... ... down a long road. Gut. Dann... ... preparen wir unsere... ... selfs mal. Passt. Hm. Komm, das muss reichen. Tick, 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 tick. Was sagt er? Was geht wohin? Wop, wop, wop. Okay. Unheimlich. Ja, wir wurden quasi... ... das hier ist jetzt sozusagen Grimrock. Wir wurden oben in den Turm gesetzt... ... und müssen uns jetzt nach unten durchboxen. Aber es ist ja evident sehr merkwürdig... ... dass hier magische... ... Geschichten hier benutzt werden... ... bei den Zwergen, normalerweise mögen die das nicht. Ist aber ganz gut gegen Diebe. Vielleicht ist aber auch schon der... ... der Bösewicht hier gewesen, ne? Dann hat er diese magischen Sachen installiert... ... nachdem er das ja alles übernommen hat. Deswegen sind die so böse, die Zwerge. Wer weiß. The first level doesn't even appear to be a mine at all. It is not a series of twisted, filthy tunnels... ... cut into rock. The halls are open and the ceiling is high. It was probably cleared out several hundred years ago... ... and since then... ... it has become just 11th of empty corridors and rooms. It is quiet and the air is still. You wonder what waits for you in the darkness ahead. Ja, riesige Halle wirkt gar nicht wie so eine Mine. Irgendwie alles ein bisschen komisch hier. Die letzten Augen sind aktiv. Ah ja. Einfach nur komische Gänge. Und wir fragen uns... Was zahlt der Scheiß? Da hat ruhig mal eine Fackel drin. Ach, den geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Also einfach nur ein Labyrinth. Mit einer hohen Decke. Vor hunderten Jahren mal gemacht. Was das wohl soll? Tja. Hier gibt's Stickrot. Sehr gut. Oh, fein ist das wohl. 30 Mark wert und ansonsten... ... alles super. Wiegt halt nichts das Ding. Ja, äh... Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen einfach mal... ... machen einfach mal. Also ein Labyrinthchen. Ich kann jetzt nicht weiter. Das ist toll. Werden die Wände gar nicht eingezeichnet? Kann das sein? Kann ich da durchlaufen? Ich glaube nicht. Oh, Licht an. Zack. Eventuell brauchen wir gleich die Gravedigger-Flame. Ja, vielleicht mal Licht anmachen. Katzenaugen, Stufe 6. Läuft. Oh, doch, die Wand wird wieder eingezeichnet. Die dahin wurde es nicht. Egal. Wir werden es alle überleben. Ich frage mich nur, ob hier wieder irgendein Behold oder sowas gleich um die Ecke biegt. Wir müssen mal die Euglein auf die Karte richten. These halls are clean and empty. It is hard to find even a few crumbling stones or red droppings. And you are certain that you will find nothing as filthy as a corpse of trash pile to do through. We are expecting more adventure from the great dwarven mines. Instead, these empty passageways seem quite dull. Ja, alles schön sauber und ordentlich und nichts an Dreck. Nichts zu looten. Ei, ei, ei. Ich hatte mehr Abenteuer erwartet. Und jetzt sehe ich hier auf die Karte und sehe, ja, der krasse Endkampf wartet. Aha. Die Wand sieht bröckelig aus. Ich frage mich, ob ich mit einem Feuerball auf so eine bröckelige Wand einwirken kann. Aber ich kann es ja nicht aktivieren, ne? Dann geht es wahrscheinlich eher weniger. Das ist ein geheimer Schalter irgendwo. Das kann natürlich auch sein. Stimmt, das kann sein, dass es irgendwo hinter einer Wand oder hinter so einer Mauer versteckt irgendwo was gibt. Und das ist dann wohl dasjenige... Ich mach mal die Fackel aus, wenn ich mit dem Ding stehe. Wir gönnen uns das mal. Wie schwer ist das? Und kann ich mit... Dass wir nicht wissen, kann ich mit Oka-Stärke dagegen wirken? Tatsache. Okay. Ich trage das Ganze einfach mal Richtung... ...in Richtung des Einganges hier. Und werde das hier mal... ...right-click to drop. Genau. So, jetzt steht das hier. Können wir die Fackel wieder anmachen. Gefahr gebannt. Fast. Und dann werden wir mal gucken, ob wir das da nicht weggesprengt bekommen. Aber dann müssen wir erstmal auf die andere Seite. Ich schätze mal, dazu müssen wir dann durchs Haupttor. Und da müssen wir wahrscheinlich jetzt einen Schalter finden. Im Labyrinth. Verdammt, ich will das da drauf schießen. Egal, machen wir gleich. Ich muss da sowieso wieder zurück. Also Stufe 1. Level 1 ist einfach nur ein Labyrinth. Da ist der Schalter... ...zwischen lustigen Fahnen mit so rotem Ding. Das ist nicht, dass da der Feuerball abgeht. Ich traue dem Ganzen nicht so wirklich. Sieht aus wie ein Fadenkreuz. Ich würde sagen, wir machen mal... ...Elemental Armor draus. Und falls das was Physisches ist, machen wir... Lass das mal sein. Machen wir noch... ...Dense Nimbus. Das müssen wir auf jeden Fall auch mal zaubern. Und was zaubern wir noch? Stone Skin. So, jetzt geht's uns glaube ich zu gut. Elements 130, Magie 89. Ist einfach nur krass. Und ein bisschen stärker sind wir auch. Na immerhin. In the distance you hear the sound of a large metal door slide open. Okay, das war für den Bobbis. Aber es hätte ja auch was krasses sein können. So ist es nicht. So, Licht. Wir brauchen Licht. Das sind glaube ich nur 0,2 Kilo schwer, die Fackeln. Aber ich meine, wir brauchen sie ohnehin nicht. Deswegen... ...geht das schon in Ordnung. So, jetzt müssen wir erstmal... So, jetzt müssen wir zum Thema. Dann haben wir noch die andere Fackel. ...Nämlich die Gravedigger-Fackel. Ja, der Standard. Wir haben jetzt auch glaube ich doppelt und dreifach. Brauchen wir auch nicht mehr... ...haben wir wesentlich Besseres gefunden. Halt, die andere... ...das waren 20 Trefferpunkte und Toxinresistenz. Wir haben nämlich nur 29 Toxinresistenz. Das ist nicht so gut. Kann man ja beim... ...bem Leichenflattern kann man das ja mal anlegen. Ja, und diese komischen Schüchen... ...na, vielleicht... ...vielleicht nehme ich die auch noch mal... ...zur Hand. Aber jetzt müssten wir hier eigentlich weiterkommen. Ja, kann man ja nicht speichern, weil Feind... ...so. Alles klar. Was, äh... Wie darf ich helfen? Ach, das sind ja nur Mäuschen. Was soll denn das? Fireball, Abyssal Freeze vielleicht. Reicht das schon mit einmal? Jo, reicht. Feuerball. Seid ihr in... ...in der Nähe? Ja. Gut. Die sind wahrscheinlich angeschlagen. Komm, dann gibt's direkt den Feuerball. Müssen wir gucken, wo der ist. Hier. Ja, der Vorderer ist schon geplatzt. Ist noch was. Hier. Fire Dart reicht. Und immer noch... Hm. Soll ich's mitnehmen? Bisschen Rattenfutter. Bitte? Komm, ich bin das Rattenfleisch mal mit. Wir lassen... Bei uns wird nix schlecht. Alles klar. Vielleicht einen Schluck trinken. Alter, nimm mal den. Bitte? So. Äh. Dann geht's hier weiter, oder wie? Oder what? Oh. Secured. Habe ich das auf irgendwas gelegt? Lockmelt, genau. So. Auf die Tür. Gerade bei so... Zwischen... Äh... Über so die Durchgänge, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Oh, da fällt mir ein, ich sollte vielleicht mit dem... Trapkill. Reicht nicht. Dann brauchen wir Trapkill auf einer höheren Stufe. Machen wir vier. Boah, vier reicht. Vier reicht. Vier reicht. So, da müssen wir nämlich hin. Genau. So, machen wir schon mal die Tür auf. Was ist das hier? Lagerfeuer? Okay. Da machen wir uns gleich mal die... Augerstärke. Auger? Haben wir die irgendwie gespeichert hier? Da, Augerstrength. So, Fackel aus. Braucht man natürlich nicht, aber mein Gott. Es ist doch nur ein Rollenspiel. Kann man ja mal so tun, als ob, was? Aha! Merke. Oder sehe ich das, ne? Hm, vielleicht. Habe ich Rattenfutter liegen lassen? Ist jetzt wurscht. Vielleicht auch nicht. Wobei, kann man auch die Gravedigger-Flame machen. Anmachen. Gut. Und jetzt lege ich das mal ab. Und jetzt lege ich die ab. Obwohl, das funktioniert auch. So, Feuerball, Junge. Äh, und Feuer. Perfekt. So. Irgendwie fallen, von denen ich wissen sollte? Nein. Aber irgendwelche... Schlösser, die geknackt werden wollen. Ein Traum, oder? Invisibility. Und der wird hoffentlich zum anderen dazu gepackt. Dann weiß ich, was es ist. Jawohl. Dämonenölstufe Try. Wieso existiert dieser Raum? Herz und Augen. Zack. Bitte? Creechers nearby. Stimmt, zwei sogar. Creechers near zwei. Creechers. Ja. Ähm. Einfach so... Wahrscheinlich so ein bisschen die... Kennenlern-Geschichte, ne? Dass man da... Siehst du, dieses... Dass man sich ein bisschen kennenlernt. Die Belegschaft. Bitte? There is a pit in this room that appears to be bottomless. You feel the air being... Was? The air around you being drawn towards the hole as it cools and falls into the deepest hollows of this mine. If one were to plummet into this abyss, they would surely die from fright long before the bottom of this shaft was ever met. Ein bodenloses Loch. Und die luftige, die duftige, die reingezogen, wieder runterfallen, wird wahrscheinlich vorher überfurcht sterben, bevor er den Boden aufschlägt. Wenn es überhaupt einen Boden gibt. Man weiß es nicht. Okay, da ist wahrscheinlich dann der nächste Level gleich erreicht. Mir gibt's nichts... ...zu looten. So. Bah. Spinnen. Spinnen kann ich noch nie drauf. Kannst dich aber verlassen. Ähm. Feuerball. Wenn spinnen, dann Feuer. Dauer. Sehr gut. Was bist du, du Wurm? Komm, erstmal. Schwierigkeit. Ähm. Verdammt, nein. Feuerball. So rum. Reicht auf jeden Fall. Reicht dann auch. Okay. Das Zentrum nimmt dann logischerweise mehr Schaden. Da ist noch so eine Shit-Fee. Ich kann's riechen. Da. Bisschen Freeze. Okay. Ist ein einzelner Schuss. Ähm. Ja, kann ich noch tragen. Dann wird's auch mitgenommen. Open Barrel. Kann's ruhig öffnen. So ist nicht. Und ein Level Up. Jetzt brauchen wir schon 2000 Erfahrungspunkte. Okay. Zeit, dass wir... ...vorbei... Das sind 20.000, nicht 2.000. Ich dachte gerade. Dann wären doch die 2.100, die wir alles bekommen für irgendeine Quashed. Das wäre dann jedes Mal ein Level Up. Keine Falle. Öffnen. Und es gibt's. Verdammt. Dance Nimbus. Haben wir... Ach nee, haben wir gefunden. Sauber. Jetzt haben wir 3.000... 3.000, ja. 300 Mark. Naja. Ähm. Ich würde sagen, wir... ...leveln auf. Was können wir denn... Was müssen wir denn? Was sollen wir denn aufleveln? Ja, Elemental habe ich das Gefühl, wir sind ja am Limit angekommen. Gibt's da gar nicht mehr? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir wollten ja auf Meditation und Perception und sowas gehen, ne? Dass wir immer schneller unser... ...unser Mana regenerieren. Den Elemental irgendwie weiterzumachen. Das wäre schön, wenn es irgendwie... ...jeweils mit jedem Punkt... ...oder mit allen 5 Punkten... ...jeweils 5 Punkten oder sowas... ...dass es dann einen... ...Mana-Punkt weniger braucht, wenn man was zaubert. Das wäre natürlich auch ziemlich Knorke. Ähm... ...ansonsten... ...ja, wen juckt's? Foraging brauchen wir nicht. Ja, Mercantile wäre ganz nett, aber wir haben so viel Kohle. Was soll das? Was soll das? Was machen wir da? Was verbessern wir da am dümmsten? Ich will halt wirklich für... ...dass wir das in immer höheren Schritten bekommen... ...das ganze Mana-Zeug. ...oder man nimmt halt so... ...Divination... ...man kann dann halt... ...ja, was bringt mir das? Da kann ich länger... ...mit Stärke rumlaufen... ...da kann ich länger... ...mit Haste... ...ja, könnte man da nochmal 3 Punkte rein... ...reinbeamen, da hatten wir 14... ...dann könnte man... ...noch länger mit Haste arbeiten... ...aber ich... ...denke mich, dass das ein Problem ist, oder? Alchemie... ...ja, könnte man noch überlegen... ...aber dass man hoch trimpt... ...dass man da bessere Zaubertränke machen kann... ...aber wann benutzen wir Zaubertränke... ...das hat auch irgendwie schade, ne? Das ist wirklich das Non-Plus-Ultra... ...und wir kriegen damit alles... ...mehr oder weniger gebacken... ...lore brauchen wir auch nicht... ...ja, noch Medicine... ...to dress wounds... ...and utilize common herbs... ...for faster recovery of hit points... ...as well as an increase in... ...ah ja... ...resistance to toxins and disease... ...ja, ja... ...braucht kein Schwein... ...Skulldugger... ...die brauchen wir überhaupt nicht mehr... ...repair brauchen wir auch nicht... ...hat auch das schon, aber... ...schlösserknackern wir nie gelernt... ...gut... ...würde ich sagen, was... ...mehr Punkte... ...oder Perception... ...mittlerweile... ...würde ich sogar... ...dazu tendieren zu sagen, dass wir... ...geben wir mal überall nur einen Punkt... ...das heißt, wir kriegen ein bisschen mehr... ...oder vielleicht so, dass wir mehr Wisdom haben... ...das ist Disease Resist... ...und das hier ist Elemental Resist... ...manapunkte... ...genau, das nächste Mal... ...sagen wir, dann geben wir auf 30... ...und geben uns... ...20 Meditationen... ...das heißt, jetzt haben wir ein bisschen... ...bisschen mehr Manapunkte... ...ist gut, danke... ...das haben wir ein bisschen mehr Manapunkte... ...238, genau... ...und regenerieren... ...ein bisschen schneller... ...25... ...ja, geht immer noch nur in Fünfer-Schritten... ...Reception... ...ja, die Wahrnehmung... ...die ist ganz gut... ...wir nehmen so einiges wahr, würde ich sagen... ...so... ...ist hier noch jemand, der... ...schnell heißt... ...aha... ...komm schon... ...wahrscheinlich ist die Säulen, die so den... ...die hohe Decke stützen, ne... ...gönen Tag... ...the way forward is a choice... ...one path offers the chance of success... ...the other is most certain death... ...what? ...ähm... ...okay... ...speichern... ...ja, links, rechts, Mitte... ...ich würde sagen... ...ini, mini, meini, mu... ...rechts vor links... ...wir gehen mal rechts, links... ...das äußerste Eck... ...certain death... ...oh... ...falls... ...falls Feind kommt, sind wir dann... ...bisschen vorbereitet... ...oh oh... ...ist das der... ...most certain death... ...da hab ich schon Schlimmeres erlebt... ...glaub ich, oder? ...seiden die schießen jetzt alle... ...anginommen sie schießen... ...wenn sie schießen... ...ich kann mich nämlich nicht erinnern... ...das sind das Fernkämpfer... ...Dance Nimbus... ...da haben wir eine 90%ige Chance... ...das zu überleben... ...bisschen, glaub ich... ...mit so Giftzeug, oder? Ähm... ...Feuerball vielleicht... ...nehm ich da selber Schaden... ...Feuerball auf den hier... ...ha, ha, 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 ha... ...most certain death am Arsch... ...sag ich da nur... ...Frage ist nur... ...ich bräuchte irgendwas... ...was alles um mich... ...so eine Nova... ...hätte ich jetzt gern... ...so eine schöne... ...so eine schöne... ...klassische... ...Feuer-Nova... ...Compress R reicht nicht... ...Chameleon... ...Dance Nimbus... ...wie lange hält denn das? Äh... ...20 Rounds per Casting Level... ...okay... ...das hält also... ...unendlich lange... ...Sonic Blasts... ...machen wir das mal... ...so Spaß halber... ...has resisted being stunned... ...okay... ...nun... ...ähm... ...ich glaub die Mana-Geschichte... ...wird eher das Problem... ...wir sollten uns vielleicht mal... ...wo ist der Weg... ...nach draußen... ...ich seht's an der Karte nicht... ...hier sind zwei... ...da ist bestimmt der Eingang... ...oder Ausgang... ...viele ja... ...ja gut... ...haut schon ganz schön... ...anschneid... ...das ist doch bestimmt ne... ...ne Tür hier hinten, oder? ...links seh' ich was... ...ha... ...ist aber mal gut... ...leute... ...hace ist... ...ne...hace haben wir noch... ...lass mal auf... ...und versuchen wir das doch nochmal... ...mit dem Sonic Blast... ...um alle um es rum zu... ...okay... ...die sind... ...was das angeht... ...unkaputtbar... ...okay... ...ah... ...ha-ha-ha-ha-ha-ha... ...er Trottel... ...ja jetzt bin ich dran... ...so... ...ähm... ...ein bisschen Freeze... ...ist klar... ...sit... ...sit bin ich dran... ...certain Death... ...ha... ...ja sichi... ...so... ... vielleicht mal... ... vielleicht doch Feuer... ...besser... ...annehmt kein Spawn of the Spell Exceeds... ... achso... ...äh... ...wollen wir eine größere Reichweite... ...sit hier gerade... ...38... ...da reicht aber eine Stufe 1er... ...ich muss gerade ein bisschen sparen... ...was das angeht... ...so zack... ...oh doch nicht... ...gut... ...so... ...Strengthen Death... ...ja sicherlich... ...130... ...das ist sehr gut... ...das heißt... ...ich werde mir mal die ganzen... ...Erfahrungspunkte jetzt... ...einverleiben... ...wie mache ich das am besten? ...ich würde sagen... ...indem ich... ...Zauberei benutze... ...so wer ist denn Reichweite? ...Obscured... ...okay... ...dann müssen wir doch gleich... ...mal anders an die ganze Sache ran... ...ich... ...frisch das mal ganz kurz auf... ...so... ...und dann... ...Nimbus... ...der Nimbus hält immer noch... ...53 Runden an... ...das ist einfach nur krass... ...so... ...Haste ist gezaubert... ...wir wären dann bereit... ...ja... ...einzelne... ...können jetzt noch nicht so viel... ...anhaben... ...46... ...ja... ...ja... ...komm... ...ich habe mich immer heilen können... ...aber ich bin so ein bisschen... ...ich bin nicht in der Stimmung... ...sag ich mal... ...schlecht... ...kann mal auf Stufe 2... ...komm... ...hervorragend... ...so... ...ich bin dann wieder weg... ...Tschüss... ...ja...vor allem haben wir... ...ne größere Reichweite... ...mit unseren Zaubern... ...ich glaube wir nochmal auf und ab... ...das muss jetzt mal sein... ...für die Erfahrungspunkte... ...was tut man nicht alles... ...für die Erfahrungspunkte... ...so licht das aus... ...was wir eh gleich alles neu zaubern... ...so... ...das hätten wir... ...dann brauchen wir... ...dann brauchen wir... ...Katzenaugen... ...auf der höchsten... ...Stufe... ...dass wir das sehen... ...dann brauchen wir... ...Dance... ...Dance Nimbus... ...mit ihrem... ...Fernkampf nichts mehr ausrichten... ...ja... ...und ansonsten... ...würde ich mal sagen... ...würde ich mal sagen... ...aber Feuer frei, oder? ...obwohl da hätte ich vielleicht... ...mit Feuerbällen arbeiten können, oder? ...ähm... ...ne... ...stehen... ...komischerweise... ...zu weit auseinander... ...oh... ...oder... ...die habe ich im Haze vergessen... ...so... ...feuerball... ...okay... ...so ein bisschen... ...overkill... ...wie man so schön sagt... ...ne... ...die machen wir noch Platz... ...so... ...das geht es auch immer schneller... ...ja... ...ob die... ...hallo... ...erinnert auch so ein bisschen an... ...ähm... ...ja... ...wo ist jetzt mein Licht hier... ...bisschen an... ...was war das... ...Eternal Darkness... ...ne... ...da gab es das ja auch... ...mit dem... ...durch die Gegend latschen... ...für... ...für Mana... ...läuft... ...mehr als 60 Punkte... ...können sowieso... ...keinen Zauber wahrscheinlich... ...anrichten... ...den wir haben... ...wiel haben wir noch... ...zwei... ...sechs Stück noch... ...hm... ...hm... ...ja gut... ...die spannende Musik... ...die bräuchte man hier jetzt eigentlich nicht... ...aber ist so ein bisschen spannend... ...so... ...ähm... ...zauber ist... ...epistle Freeze... ...den wir uns halt noch... ...sechs Runden an... ...das ändern wir mal ganz kurz... ...na wohl... ...machen wir gleich... ...oh... ...die sind ja durchgegangen... ...interessant... ...gut... ...bin gleich wieder da... ...ich muss... ...muss mal die Beine vertreten... ...okay... ...Nimbus... ...muss mal gleich wieder nachzaubern... ...wobei eigentlich... ...wenn ich das vernünftig angehe... ...kann ich mir das auch schenken... ...ne... ...muss einfach nur... ...einfach nur da sein... ...ja... 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 ...größere Reichweite... ...hab ich... ...hab ich es auch klar... ...ich bin ja der krasse... ...der krasse Magier... ...und das war die... ...der... ...certain Death... ...der sichere Tod... ...von dem gesprochen wurde... ...naa... ...ich weiß ja nicht... ...tod geglaubte... ...oder gesagte Leben länger... ...und ich geh da garantiert dazu... ...einen haben wir noch... ...einen haben wir noch... ...einen haben wir noch... ...dann ist hier Feierabend... ...hervorragend... ...zum Glück habe ich reichlich Futter dabei... ...und Wasser kann ich mir jetzt zaubern... ...keine Falle... ...Scroll of Lore... ...hätten wir schon... ...joa... ...fünf Kilo... ...können wir mal... ...mitnehmen... ...ist so was ganz Besonderes... ...oh... ...weil ist ja Sack aber voll... ...ääh... ...Unknown... ...ja... ...Kalt hier noch zaubern... ...ich zieh da gar keine Ringe an... ...ich mach einfach nur... ...hier den Zauber Max... ...so... ...zack... ...Wald Leather Armor... ...kann man mal machen... ...700 Mark... ...gekauft... ...falls wir noch irgendwie... ...einen Zauber oder sowas finden sollten... ...irgendwann mal... ...in diesem Theater... ...dann haben wir das auf jeden Fall... ...gut... ...an Illusionary Wall... ...die war schön grün... ...da muss ich jetzt sagen... ...ist aber schlecht... ...dass wir das rote Licht haben... ...die rote... ...Gravedigger Lampe... ...achso... ...hier wäre wahrscheinlich... ...der andere Pfad gewesen... ...da wären wir... ...auf... ...auf sicheren Pfaden... ...oh... ...auf sicheren Pfaden... ...wär man dann... ...lang gekrochen gekommen... ...Katzenaugen... ...na, das ist schon angenehm... ...ich meine... ...es ist ja immer noch... ...halbwegs düster... ...aber... ...da muss ich jetzt noch nicht rumrollen... ...so... ...ähm... ...Feuerball... ...allein dafür hat sich schon gelohnt... ...dass man nicht mehr... ...hundertfach drauf... ...draufballen muss... ...draufballen muss... ...Bronze... ...hm... ...ne, ist nicht so viel wert... ...kleiner Rubin... ...aber man fragt sich... ...lohnt sich das noch... ...den mitzunehmen... ...kleines Rubinchen... ...ich weiß nicht... ...ich... ...weiß es nicht... ...ich bin keine Wunen... ...so... ...das war wohl... ...der nächste Level, nicht... ...ne, jetzt war noch... ...der erste Level... ...jetzt kommen wir... ...tatsächlich in den... ...in den zweiten... ...war gut, dass wir... ...den sicheren Tod... ...gewählt haben... ...das war sicher... ...die richtige Entscheidung... ...so, was ist jetzt los... ...Win Hallu... ...the sacred realm... ...of our lost... ...fathers and brothers... ...mothers and sisters... ...ach, jetzt kommen die Untoten... ...kommt jetzt... ...der Untoten-Level... ...ich hatte... ...alle Klamotten an... ...jawoll... ...perception... ...elemental... ...jawoll... ...hmm... ...erst mal Haste... ...ne... ...im zentralen Feld... ...passiert... ...nüscht... ...so ist die Tür... ...dann... ...gehen wir woanders hin... ...stärke... ...ich bin... ...encumbered... ...aber noch nicht ganz... ...okay... ...ich kann noch einiges tragen... ...auch hier... ...nächstes... ...was ist das denn... ...ach so hier... ...so ein... ...so ein Gebeinhaus... ...jaja... ...licht aus... ...wird zu... ...licht an... ...sicht an... ...sicht an... ...ja... ...ne große Kaverne hier... ...oben... ...durch die Ober... ...durch die Fenster... ...die Schnee bedecken... ...kommt ein bisschen bläuliches Licht durch... ...und das hier ist wohl die... ...ähm... ...ja... ...der... ...Bareground... ...die... ...hier werden... ...Könige und Kriegshelden... ...werden hier wohl... ...begraben... ...das ist heilige Erde... ...und überall sind... ...den alten Runen... ...unlesbar sind... ...wohl die Namen eingetragen... ...ach nein... ...nicht schon wieder sowas... ...wir wissen noch was uns blüht... ...das werden gleich wieder gelähmt... ...und dann geht's aufs Maul... ...oh oh... ...ein dicker Zwergengeist... ...Targes Obscured... ...Dwarven Spirits... ...Dwarven Spirits... ...ähm... ...ich glaub... ...Freeze ist eine schlechte Idee, oder? ...nö... ...das ist eine super Idee... ...Ei... ...hat er gesagt... ...Ei... ...ähm... ...Ja... ...Ectoplasma schätze ich... ...ja... ...und natürlich haben sie auch noch Geld dabei... ...die Körperlosen... ...ja selbstverständlich... ...kein Körper ist kein Grund... ...nicht... ...Gold bei sich zu tragen... ...oder tragen zu können... ...jedenfalls für ein Zwerg... ...der macht da eine Ausnahme... ...ähm... ...hier ist... ...Feuerball angesagt, oder? Nur drei Zauber... ...für zwei Gegner... ...ein Schnäppchen... ...Ectoplasma... ...gekauft... ...werden nicht die... ...irgendwelche krassen Zauber... ...daraus gemacht... ...aus Extoplasma... ...ich meine schon... ...oh... ...unbekannt... ...Scroll of... ...Turn Undead... ...oh... ...jetzt wird's witzig... ...das ist nämlich eine schweineteure Zauberei... ...denn's Nimmons kennen wir schon... ...mein Gott... ...oh Gott, der ganze Rucksack ist voll... ...Turn Undead... ...Scroll of Lore... ...Turn Undead... ...Turne Undead causes... ...an undead creature... ...such as a zombie... ...or an ethereal being... ...such as a wraith... ...oh die Scheißviehke... ...die machen uns... ...schwach... ...to be repulsed... ...by the caster... ...beziehungsweise... ...verfluchen uns... ...the spell has a chance of failure... ...based on how powerful... ...the undead creature is... ...at higher casting levels... ...the spell can distress... ...the target creature... ...to the point of... ...causing physical damage... ...as well... ...if turned... ...the undead will remain repulsed... ...for 100 rounds... ...ja... ...also wie bei... ...Baldus Gate... ...klassisches... ...D&D-Ding... ...wir können Gegner... ...Turn Undead... ...wir können Gegner von uns... ...also Untote vertreiben... ...zaubern... ...100 Runden hält das an... ...aber auf den höheren Stufen... ...können wir sogar Schaden machen... ...ist das nicht krass? ...ich finde schon... ...aber ich finde... ...das ist mir viel zu unheimlich... ...ich würde sagen beim nächsten Mal... ...schauen wir uns hier weiter um... ...dann gehen wir weiter... ...durch die verschiedenen... ...Lefel des... ...der Zwergmine... ...was ja eher so ein Turm ist... ...erinnert wie gesagt... ...eher an... ...an Grimrock... ...nur das ist kein... ...wirkliches Gebirge... ...oder kein Fels... ...das ist kein Berg... ...sondern hier ist es ein... ...ein selbstgemachter Berg... ...ein von Zwergen erbauter... ...naja... ... beim nächsten Mal... ...mehr Untote klatschen... ...und dann probieren wir mal... ...das Untote vernichten aus... ...wobei wir sind wahrscheinlich... ...zu schlecht auf Stufe 2... ...oder oder was auch immer... ...wir da zaubern können... ...man wird sehen... ...wie es weiter geht... ...ich danke fürs Zuschauen... ...und sage bis zum nächsten Mal... ...wenn es wieder heißt... ...Eschelonne... ...woch 2... ...bis dahin... ...glaubt euch wohl... ...und ciao ciao...